Hallo ihr Lieben. Hi. Was ist Umuamua? Der unerklärliche Podcast. Mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Das ist tatsächlich eine gute Frage, was das ist. Für mich ist das irgendwie wie so ein Kleinkindsprache. Umuamua. Ich finde, es hat so ein bisschen was von Maoris oder so Hawaii und Neuseeland. Tatsächlich, du liegst richtig. Ist hawaiianisch. Ich hab's einfach drauf. Aber was ist denn das jetzt? Was glaubst du, was das ist? Also ich will ja nicht spoilern. So ein bisschen weiß ich ja, was das ist. Ach wirklich? Naja, ich, ja. Du beschäftigst dich auch mit ein bisschen was Unerklärliches. Tatsächlich mache ich das auch seit geraumer Zeit, habe ich angefangen mir zu überlegen. Ach komm, ich gucke mir auch mal das eine oder andere an. Ja, ihr Lieben. Wir hoffen, euch geht's gut. Willkommen zu einer neuen Folge. Wir kommen zu einer neuen Folge, genau. Und vor allen Dingen hoffen wir natürlich, dass die Leute hier auch gerüstet sind und ihren Raumanzug und alles mit dabei haben. Das werden wir ja wohl heute brauchen, oder? Ey, absolut. Also so weit entfernt von der Erde waren wir, glaube ich, noch nie. Doch. 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 Schwarzes Loch. Ja. Na gut, aber wir begeben uns heute auch in eine Region, die, da müssen wir einfach mal über dieses Wort reden, weil dieses Wort löst bei mir irgendwie, weiß ich auch nicht, ganz, ganz faszinierende Gefühle aus, weil dieses Wort so spektakulär an sich schon ist, interstellar. Ach, dieses Wort, ich dachte Oma-Moma, oder wie das heißt. Ach so, nee, ja, dieses Wort jetzt. Interstellar, das hört sich für mich so krass cool an. Ja. Was ist denn das eigentlich, interstellar? Na, das wissen die Leute natürlich. Du weißt es nicht. Also, ich bin ja bekannt für mein Hype-Wissen und werde da ja auch sehr geschätzt für im Internet, was ich auch sehr, selbst sehr schätze. Also, interstellar ist ja quasi, ähm, es hat was mit dem Weltall zu tun, mit dem Universum und vielleicht so, dass, ähm, das, ähm, wie heißt es, ich komme auf das Wort jetzt nicht, dass, wie, fängt mit B an, das B, 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 ein, nee, das B, ein, nee, das Eintreten in fremden Galaxien oder so. Ah ja, okay. So, der interstellare Raum ist doch dieses, was außerhalb von unserer Galaxis vielleicht ist. Ja, das, äh, tatsächlich kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Also, ich glaube, es ist innerhalb einer gesamten Galaxis, aber das Interstellar ist der Raum zwischen zwei Sternen sozusagen. Sternengebieten. Also, wie ein Flur sozusagen. Würde ich jetzt mal so sagen, genau. Also, sagen wir mal, der eine Stern ist ein Zimmer, der andere, der andere Stern ist ein Zimmer und dazwischen ist ein Flur. Und das ist der Interstellar Raum. Wo nix ist, quasi. Genau, wo man, genau, ja. Okay, ich sehe jetzt schon, wie die Leute dieses Hören wieder mit den Augen zucken und sich denken, ey, wie können die das nicht wissen? Aber Leute, es ist ja live und direkt, ihr könnt googeln und tun und machen und wir sind einfach hier immer noch nach dreieinhalb Jahren auch immer noch ein bisschen aufgeregt. Ja, immer. Siehste. Ich denke immer, es hören gerade direkt welche zu. Ich versuche immer, einigermaßen Sätze zu bilden, die irgendwie Sinn ergeben. Aber naja, ihr wisst ja, kriegen wir nicht so gut hin. Aber dafür hat es seinen Charme. Korrekt. Ja, also, genau. Ihr könnt auch immer natürlich alles kommentieren. Wir kriegen auch alles kommentiert. Macht euch mal da keine Sorgen. Ja, genau. Vielleicht seid ihr ein bisschen genädiger. Nein, wir kriegen natürlich im meisten Teil gute Kommentare. Ja. Aber gut. Ja, aber wir wollen ja jetzt heute über Umuamua sprechen. Ja. Und zwar wurde Umuamua am 19. Oktober 2017 von Astronomen am Haleakala Observatorium auf Hawaii entdeckt. Ohne Witz, das kenne ich. Das Observatorium? Kein Witz, da habe ich letztens ein Reel drüber gesehen. Ach cool. Das ist mega. Müsst ihr euch mal angucken. Sieht echt cool aus. Und zwar war Umuamua das erste bekannte interstellare Objekt, das unser Sonnensystem durchquerte. Das ist ja stark. Also ein ganz, ganz mysteriöses Objekt. Man wusste gar nicht, was ist das jetzt überhaupt? Man hat sowas zuvor noch nicht gesehen. Ähm, da habe ich jetzt aber eine ganz kurze, also da werfen gleich ganz viele Fragen sich rein in meinen Schädel, wenn du das erzählst. Weil wie wir jetzt gelernt haben, ist ja der interstellare Raum zwischen zwei Sternen. So, und jetzt flachsen wir einfach mal rum und sagen zwischen Mond und Erde, okay? Ist ja dann auch inzwischen ein Flur, wie wir das jetzt so erklärt haben. Der kommt aber aus einem ganz anderen interstellaren Raum. Also ist der gar nicht so nah an uns vorbeigepäst. Naja, so schon, dass man ihn wahrnehmen konnte. Im Endeffekt, naja, natürlich nicht so nah. Also wir sprechen hier vom Universum. Ja, logisch. Nur, und dann ist halt die andere Frage, war der auf einmal da? Den hat man eingefangen. Oder war das so, dass man irgendwann gemerkt hat, wo auch immer bewegt sich etwas und dann bewegt sich das und man hat es quasi über Tage und Wochen verfolgt? Oder war das so wie, ich stelle mir das halt wie so ein Radar vor, weißt du, dass die so da sitzen und dann macht das so ping, ping. Und dann denkst du dir, was denn jetzt? Und aus dem Nick so wupp, wie durch so ein Wurmloch kam auf einmal dieses Ding. Ja, supergute Fragen habe ich tatsächlich jetzt, kann ich dir nicht so beantworten. Ne, vielleicht tust du es ja doch mit dem, was noch kommt. Es war auf jeden Fall, also es ist jetzt nicht mehr da, es ist an der Sonne vorbeigeflogen, konnte man feststellen, und zurück weiter in den interstellaren Raum wieder. Es hat sozusagen die Erde passiert. Okay, dann ist es doch ein bisschen weiter weg, wenn es an der Sonne vorbeigeflogen ist. Aber also dicht an der Sonne, quasi. Ja, wie dicht, weiß ich jetzt nicht. Aber dicht her auf jeden Fall, als jetzt wir sind. Man konnte feststellen, dass er an der Sonne vorbeigeflogen ist, aber wie dicht kann ich dir jetzt nicht sagen, Mr. Fröhlich. Haken Sie nicht so ganz genau nach, bitte. Nee, 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 das sind einfach nur so Gedanken, die ich ausspreche, ohne sich da jetzt nicht genötigt für eine Antwort zu haben. Kann ich auch nicht. Sondern es ist einfach nur, dass ich ja wieder meinen verrückten Geist sprechen lasse. Ja, also dann müssen wir nochmal schauen, wie nah das an der Sonne war, aber ich glaube, dazu wirst du nichts finden. Vielleicht weiß es ja jemand da draußen. Es ist ein unerklärliches Objekt. Ich kann jetzt hier schon mal den Spoiler vorschicken. Man weiß nicht, was, wie, wo, warum, weshalb. Weil der muss ja auch eine gewisse Hitze aushalten. Überleg mal, wie heißt es, umso näher du der Sonne kommst, der macht das Puff. Ja, 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 dieses Objekt besteht aus, man weiß es halt nicht. Auf jeden Fall hat man es ihm, dem Namen, diesem Objekt Oumuamua gegeben, was so viel bedeutet wie Erster Bote oder Kundschafter in Hawaiianisch. Das ist aber auch schon wieder ein Name. Ja, finde ich auch. Erster Bote, also weil das so das erste Objekt wirklich war, überhaupt, was man so wahrgenommen hat, was aus diesem interstellaren Raum kommt. Sorry, ich muss heute so oft interstellar sagen, weil ich finde dieses Wort so genial. Ich glaube, ich lasse es mir tätowieren. Ich wollte eben gerade sagen, lass sie doch tätowieren. Weil erster Bote, ein Bote ist immer jemand, der eine Nachricht überbringt. Ja. Wie ein Postbote, der die Post bringt. Na, und Kundschafter. So, wer sagt dir denn nicht, dass dieses Objekt irgendwelche Daten oder Frequenzen oder Signale irgendwas durch die Galaxis funkt und wir vielleicht was abgefangen haben und daher der Name kommt, der erste Bote. Das ist halt die Sache, ne? Also wir sind ja jetzt hier wirklich beim unerklärlichen Podcast und wir sind eine, oder wir beide schon mal, stellen eine Gruppe der Tellerrandwanderer dar und wir sind ja nicht alleine auf diesem Tellerrand. Es gibt natürlich Verschwörungstheorien, was das alles sein könnte, ne? Ja. Ähm, ich habe gefunden, dass dieses Objekt folgende Eigenschaften hat. Ich, wie gesagt, ich habe es gelesen, ich sage es jetzt hiermit nicht und es kann auch sein, dass irgendwo es anders steht. Ich habe etwas gefunden, dass es zwischen 200 bis 800 Meter lang ist. Das ist aber jetzt nicht so lang. 200 Meter. 800, 200 bis 800 Meter? Ja, das finde ich jetzt nicht so krass. Fürs Weltall finde ich das jetzt nicht so krass. Ja, okay. Es ist natürlich riesig. Es ist länglich, also es ist so ganz komisch geformt irgendwie. Hast du das mal angeguckt eigentlich? Ich kenne das so linealmäßig mehr, ne? Ja, und es soll eine rötlichere Farbe haben, aber das habe ich dann auch wieder gelesen, da war gar keine Farbe. Es ist halt so ein dunkles Objekt einfach. Sieht aus wie ein Stein oder wie irgendwas Steinähnliches. Wer weiß, was alles so im Universum gibt, was wir nicht kennen. Und diese ungewöhnliche Form und wie auch die Farbe haben natürlich zu unheimlich vielen Spekulationen aufgerufen, auch bezüglich des Namens. Weil man halt nicht weiß, was ist das? Es sind welche davon ausgehen, dass es ein Raumschiff ist. Okay. Aber das konnte man wohl irgendwie widerlegen und sagen, nee, also ein Raumschiff ist es nicht. Es ist irgendetwas Natürliches, was das Universum hergibt. Also sowas wie, also meine Theorie, die mir eben gerade kam, wo du das erzählt hast und wo du jetzt sagst, dass es etwas Natürliches ist, wobei da auch wieder gleich eine Frage in mein Schild reinkam. Jetzt stelle dir mal vor, irgendwo gab es einen Vulkanausbruch auf irgendeinem Planeten oder sowas unter einem riesengroßen Berg. Und dieser Berg ist komplett irgendwie zerfetzt worden und wurde raus, es war so eine Explosion von diesem Vulkan, dass der halbe Berg explodiert ist und nach oben geschmettert wurde. Wobei auch schon wieder die Frage, wenn was Natürliches ist, mit welcher Energie und Kraft ist dieser Steinbrocken nach oben geflogen, weißt du, nach oben, der muss ja aus der Atmosphäre raus, dass der da auch nicht verbrennt, was wiederum ihm zugute kommt, wenn er so nah an der Sonne vorbeigeracht ist. Naja, aber nicht alle haben ja so eine Atmosphäre wie wir. Das stimmt ja auch wiederum, aber trotzdem allein die Vorstellungskraft, dass der, der muss ja kilometerweit nach oben fliegen. Und dann muss er ja, pass auf, jetzt kommen wir natürlich noch zu den sehr merkwürdigen Sachen dieses Objektes. Man geht davon aus, dass es aus einem anderen Sternensystem kommt, weil es eine ungewöhnliche Bahn verfolgt sozusagen. Also es hat nicht in der Art so eine Umlaufbahn, die so wie wir jetzt so eine geschlossene Ellipse haben, wo die Erde sich bewegt oder die anderen Planeten oder wie auch immer. Sondern es hat eine offene sozusagen Bahn. Ich habe gelesen, Hyperbelbahn. Das ist ja, Hyperbel ist ja auch so ein geometrisches, es hat halt so eine bestimmte Form, wie es fliegt. Aber das ist offen, es ist nicht abgeschlossen, sondern es fliegt einfach. Das müsste man mal filmen, wie du das gerade erklärt hast. Also mit meinen Armbewegungen? Die Formbewegungen? Ja, die Form. Okay. Und es bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 315.000 Kilometern pro Stunde, was ich dann nochmal nachgelesen habe. Also 87 Kilometer pro Sekunde. Das ist schnell. 87 Kilometer pro Sekunde. Das ist nicht nur, das ist schnell, sondern das ist krass schnell. Wie konnten die das denn überhaupt sehen? Das Teleskop hat das ja eingefangen. Ja, ja, logisch. Aber das ist ja, ich meine, 87, jeder, der schon mal 87 kmh gefahren ist, also Kilometer die Stunde im Auto oder auf dem Motorrad oder so. Ich bin ja auch schon mal mit meinem Bike damals 87, ich glaube, nee, 86 bin ich gefahren, das war mein Rekord. Pro Sekunde. Pro Sekunde. Nein, pro Stunde. Und mir hat das keinen Spaß, also mir war das zu schnell. Ich finde, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich mag das auch nicht. Also auf dem Motorrad vor allen Dingen, aber im Auto ist das so in Ordnung, auf einer Autobahn und so, aber das ist trotzdem super schnell. Und jetzt stell dir mal vor, die Sekunde, da kriegst du gar nicht mit. Das ist wirklich wie du, das siehst du und hörst du noch nicht mal, wenn das an der Erde vorbei ist, das kriegst du gar nicht mit. Ja. Und wie hat dieses Teleskop aber mitbekommen, ey, warte mal, weil wenn sich das so schnell bewegt, wie kann es das überhaupt wahrnehmen? Das ist das, was mich gerade ein bisschen crazy macht, weil das ist doch auch nur im Endeffekt wie ein Fernglas. Ja. Wie ein Hightech-Fernglas. Ja, ich habe keine Ahnung. Und also, aber es muss es ja irgendwie, weil, wie gesagt, also anscheinend haben wir es gesehen und die Bahn oder die Bahn von Oumuamua zeigt auch, also man hat festgestellt, dass es, wie gesagt, es ist nicht von der Sonne eingefangen worden, sondern es fliegt halt lediglich durch das Sonnensystem hindurch oder flog hindurch, ist ja jetzt wieder weg. Oh, ich habe ein paar, ich habe ein paar Solution-Momente momentan in meinem Kopf. Bitte. Bitte? Okay, also der erste Solution, ich habe das Gefühl, das ist nur so eine halbe Solution, dass es nicht randommäßig einfach durch die Gegend fliegt, sondern dass es schon aussieht wie gesteuerte Bahnen. Das ist sozusagen wie so, kennst du das, wenn du mal nach Zahlen als Beispiel, wenn du da mehrere Punkte hast, die du dann mit einer Linie verbinden musst und so habe ich irgendwie die Vorstellung, dass dieses Objekt sich so durch das Weltall bewegt. Also doch gesteuert ist durch irgendeine Intelligenz vielleicht. Durch irgendwas. Es ist nicht nur Natur, ich sage es jetzt mal ganz so, einfach Naturgestein, was da durch den Weltraum fliegt, sondern es hat entweder Sensoren oder es ist doch ein Raumschiff und sieht nur so aus. Ja, weil, wenn ich mir das überlege, wenn irgendein Objekt oder so, im Weltall gibt es keine Schwerkraft, ja, das heißt, das muss ja, woher nimmt es den Antrieb, dass es so schnell ist? Da gibt es eine Hypothese zu, die nenne ich noch. Okay, weil wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, du hast jetzt, wir spinnen jetzt mal rum ganz crazy und sagen, du bist jetzt im Weltall, okay, hast da deinen Raumanzug und hast einen Feuerlöscher in der Hand und drückst da rauf, dann kommt der, dann sprüht das ja und dann wirst du ja von dem Sprühen, wirst du ja weggedrückt und fliegst dann quasi Iron Man mäßig durchs Weltall. Ja. So, aber irgendwann hört es ja auf, der Feuerlöscher ist ja irgendwann leer und dann hörst du ja auf zu fliegen wie Iron Man, das verlangsamt dann und irgendwann bleibst du wieder stehen. Wenn das Ding aber mit, wie viel, 87 Kilometer die Sekunde da durchpeitscht, woher hat es diesen Antrieb? Ja. Das ist das Erste und das Zweite, was war denn das Zweite, was ich sagen wollte? Erzähl es mal weiter, ich überlege mal nochmal. Bezüglich der Form von diesem Objekt, wir haben ja gesagt, es ist so länglich, das kommt wohl auch nicht von irgendwo her durch Zufall, sondern es rotiert alle 7,3 Stunden und durch diese Rotation ist es und durch die Geschwindigkeit hat sich das in der Form so gebildet, dass es so länglich wohl ist. Also es fliegt mit einer unheimlichen Geschwindigkeit und rotiert dann aber alle 7,3 Stunden einmal um sich rum. Okay, ich hab meine... Ein bisschen krass, oder? Ja, ich hab meine zweite Solution wieder. Pass auf, die ist aber gleichzeitig mit einer Frage verbunden an entweder an sie, junge Dame, wobei ich dir nichts unterstellen möchte, aber ich glaube nicht, dass du die beantworten kannst. Das Fachwissen habe ich nicht. Da kommt The Brain, glaube ich, nicht im Einsatz, vielleicht aber ein Hörer da draußen. Und zwar, das könnte doch erklären, angenommen wir haben jetzt hier wirklich ein Mutterschiff auf Kamera, auf Teleskop, wie auch immer, was mit 87 Kilometer die Sekunde durchs Weltall peitscht, was dann wiederum erklären würde, wie die die ganzen Planeten und durchs Weltall reisen. Abgrasen. Ja, weil wenn du mit 87 Kilometer die Sekunde irgendwo hinfliegen willst, ich meine nur, ich hab keine Ahnung, wie schnell Lichtgeschwindigkeit in Kilometern ist, ob man das überhaupt berechnen kann. Ich hab keine Ahnung davon, null. Aber alleine nur die Tatsache, wie gesagt, wir sind ja hier live, wir schneiden hier nichts und wir machen keine Pause, deswegen kann ich das jetzt nicht nachgucken. Aber allein die, vielleicht kann das ja jemand hier irgendwo kommentieren, bitte. Die Entfernung, ich möchte jetzt gerne mal wissen, die Entfernung von der Erde zum Mond oder zum Mars, suchst du ja aus da draußen, mit der Geschwindigkeit von diesem Objekt. Mit 87 Kilometer die Sekunde. Dann möchte ich gerne mal wissen, wie lange das dauert. Das dauert dann 30 Sekunden oder eine Minute und wir sind auf dem Mond oder verstehst du, was ich meine? Ja, und dazu möchte ich mich auch nicht äußern. Sehr gut. Habe ich also richtig gelegen. Egal, was ich sage, es wird falsch sein. Ja, das ist halt, ja, also ist alles ein bisschen merkwürdig. Dann haben natürlich die Astronomen, die Wissenschaftler, wie auch immer, versucht, dieses Objekt zu klassifizieren. Ähm, sie haben gesagt, dass es kein Komet ist, weil Oumuamua keine sichtbaren Gas- oder Staubhüllen oder ähnliches oder so eine Art Schweif hat, wie Kometen es haben, wenn die durch, ne, die haben ja immer so einen Strich hinten dran. Wie eine Sternschnuppe. Ja. Okay. Das hat der halt nicht, obwohl der so schnell ist. Ich finde, weil er zu schnell ist. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell sind denn Kometen eigentlich unterwegs? Oder eine Sternschnuppe. Oh, eine Sternschnuppe wäre auch immer ein cooles Thema. Wie ist denn, was Punkt? Nee, das ist glaube ich nicht so. Ist das ein bisschen sterbender Stern? Ich glaube, das ist nicht so extrem spektakulär. Nee, jetzt wollte ich sagen, sterbender Schwan. Ähm, Asteroid-ähnliche Eigenschaften hat es wohl, weil seine Oberfläche und Form ein bisschen einem Asteroiden ähnelt. Deswegen haben sie es erst mal in dieser Art klassifiziert, aber richtig festlegend konnte man es auch jetzt nicht irgendwo einordnen, weil wie gesagt, dieses Objekt sehr unerklärlich ist. Man einfach es nicht genau sagen kann, was da ist. Asteroiden sind ja auch natürlich vorkommende Sachen, die durchs Weltall schweben. Oder? Das, äh, ja. Ja. Ähm, und während seiner Reise zeigte dieses Objekt eine leichte, aber unerklärliche Beschleunigung, die nicht durch Gravitationskräfte allein erklärt werden konnte. Also wie wird es beschleunigt? Warum ist es so schnell wie auch immer? Und es gibt natürlich verschiedene Hypothesen darüber, die aufgestellt wurden, warum es immer mehr Beschleunigte auf seiner Bahn, während es durchs Weltall fliegt. Ähm, ja. Also wird es schneller? Oder wird es auch mal langsamer und kommt dann wieder auf 87 km? Ja, das weiß ich nicht genau. Das ist voll blöd. Das konnte ich irgendwie nicht so richtig lesen, weil es, also ich habe gelesen, dass es immer mehr Beschleunigung bekommen hat. Ja gut, wenn es immer mehr Beschleunigt bekommt, dann gibt da jemand Gas. Dann gibt da jemand Gummi und drückt das Pedal runter. Dass es durch ausströmende Gase angetrieben wird. Das kann ja sein, dass es hier bei uns vorbeigekommen ist, irgendeinen Antrieb bekommen hat. Und ich sage auch gleich, welche Art von Antrieb. Und dann ist es wieder im interstellaren Raum verschwunden und schwebte dann wie so eine Art weiter einfach. Aber es soll hier bei uns durch die Wärme der Sonne Antrieb bekommen haben, weil dort Wasserstoffgas aus dem Himmelskörper der Sonne freigesetzt wurde, was diesen Körper Antrieb oder Schub gegeben hat. Und es ist schneller geworden. Ich bin ja kein Astrologe oder Wissenschaftler, wie wir ja alle mittlerweile wissen sollten. Nur, sorry, das kann ich mir nicht vorstellen. Das klingt wie Superman. Oh, ich bin jetzt auf der Erde. Ich habe jetzt auf einmal voll die krasse Kraft. Ich kann die, weiß ich nicht, Gravitation als Superheilung benutzen und fliegen. Aber nehmen unsere Freunde aus dem All von der Sonne nicht auch Energie auf? Ja, aber stell dir mal vor, wir sind mal wieder crazy. Du nimmst einen Stein und schmeißt den Stein jetzt einfach ins Weltall. Und dann willst du mir erzählen, dass der Stein, und vorher hast du den Stein ganz doll, weiß ich nicht, in Wasser eingetunken und er hat sich mit Wasser vollgesaugt oder wie auch immer. Und dann schmeiße ich den Stein nach oben ins Weltall und weil ja hier die Sonne so warm ist, fliegt der Stein dann auf einmal 87 Kilometer die Sekunde durchs Weltall und beschleunigt auch zwischendurch mal, weil er einfach Bock darauf hat. Und ich denke, du, ich habe hier Gase, ich gebe hier einfach Gummi. Und die ganzen Gase verformen sich so, dass sie alle nach hinten gehen, ans Ende des Objekts, an den Stein, damit es wie so eine Rakete Gas geben kann. Das weiß ich nicht, aber Wissenschaftler schlugen vor, dass das Objekt ein Fragment von gefrorenem Wasserstoff und Stickstoff ist, was dann erklären könnte, dass es dadurch Beschleunigen bekommt, weil das miteinander matcht sozusagen. Aber andere Theorien behaupten wieder die Möglichkeit eines aus interstellarem Staub oder Gas, dass dieses Objekt daraus besteht. Und es ist unendlich. Ja, das kann ich auch nicht sagen. Das ist ja auch nicht, dass das eine Frage an dich ist, sondern das ist eine Frage an die Wissenschaftler, die das niemals hören werden, was ich sage. Nur, das ist halt so, ja, also da sind halt so Gase und Wasserstoff und Stickstoff und so und dann gibt es da irgendeine chemische Reaktion durch den interstellaren Raum. Da ist dann auch so ein bisschen Feenstopf dabei von Tinkerbell. Und dann peest es einfach die ganze Zeit in Blitzgeschwindigkeit durchs Weltall. Und irgendwann, und dieser Felsbrocken, nennen wir ihn jetzt mal, ist jetzt, wird doch irgendwann aufgebraucht. Oder ist es da für immer? Weil anscheinend wird es ja benutzt, um die Geschwindigkeit zu erzeugen, aber das kann ja nicht die ganze Zeit da sein. Oder stellt dieser Stein, Felsbrocken selbstständig die ganze Zeit immer wieder neuen Stickstoff und ich verstehe es halt nicht. Ja, das ist echt ein bisschen komisch. Das ist schon wieder so, okay, wir suchen nach dem Nächsten, was irgendwie Sinn ergibt, anstatt auf die Idee zu kommen. Leute, vielleicht ist das einfach eine Technologie, von der wir keine Ahnung haben. Ja, aber wir können ja auch nur mit dem argumentieren oder mit dem rechnen, was wir kennen. Und da müssen wir uns ja irgendwie was zurechtlegen, was es sein könnte. Es gibt aber natürlich auch einige Theorien oder einige Menschen, die da anders an die Sache rangehen. Hier habe ich gelesen, ein Herr Avi Löb, ein Harvard-Astronom, der spekuliert, dass Oumuamua eine außerirdische Sonde sein könnte oder ein Lichtsegel, das halt wie gesagt von einer intelligenten Zivilisation geschickt wurde. Ich finde es halt auch merkwürdig, warum dann die Hawaiianer, die das entdeckt haben, es halt als Boote oder Kundschafter benennen. Wenn es einfach nur natürlicher Weltraumschrott ist, dann kann man das ja auch einfach anders nennen. Aber da steckt doch schon irgendwie was Komisches dahinter. Ja, vielleicht gab es ja doch eine Message. Vielleicht hat es ja doch irgendwas abgeschickt. Genau, das habe ich dann in Bezug auf diese Tellerrandwanderer-Theorien auch gelesen, dass wahrscheinlich wieder es Informationen gibt, die einfach zurückgehalten werden, dass man schon näher weiß, was das sein könnte, aber es halt nicht öffentlich sagt. Weil man ja irgendwie anscheinend immer noch Probleme hat, wenn es denn so ist, zu sagen, dass eine Existenz einer anderen außerirdischen Lebensform das so etwas gibt. Weil der Mensch ja so toll ist. Und es gibt nichts Besseres als den Menschen. Weil wir die einzig lebenden Lebewesen im Universum sind. Und Intelligenten. Ach so, ja. Keiner hat so einen Erfindungsgeist wie der Mensch. Niemand. In dem ganzen Universum nicht. Genau. Die Mehrheit der Wissenschaftler hält an den Erklärungen fest, dass einfach die genaue Natur, von wo Oumuamua herkommt oder woraus es besteht, einfach unklar bleibt. Man kann es sich nicht erklären. Astronomen, Astrophysiker und Planetologen. Ach so, ist ja ganz einfach das Wort eigentlich. Die arbeiten tatsächlich aber natürlich sehr eng zusammen, um mehr über dieses interstellare Objekt herauszufinden und eventuell vielleicht mehr über seine Ursprünge zu erfahren. Also es ist weiterhin ein Objekt, was wissenschaftlich erforscht wird. Das ist ja ein faszinierendes Thema und eine faszinierende Sache. Nur, du hast ja jetzt nicht irgendwie so, das Ding ist ja jetzt nicht hier auf unserem Planeten, wo du sagen kannst, wir untersuchen das mal weiter. Das ist ja nicht. Sondern du hast so ein Ping, die Aufnahme gibt es. Genau, das ist es nämlich. Man hatte nur wirklich einen super kurzen Zeitraum, wo man es beobachten konnte. Und die Beobachtungsinstrumente oder dieses Teleskop, die waren halt einfach technisch nicht ausreichend, um da auch detaillierte Bilder oder irgendwelche eventuell nicht Analysen irgendwie mit dem Objekt durchzuführen. Deswegen ist das halt alles noch ein bisschen unausgereift und fraglich, was das da eigentlich ist. Es ist aber auch fraglich, dass, wenn du etwas untersuchen wollen möchtest, das kennen wir ja von, ich werde es jetzt nicht unbedingt als Referenz benutzen, aber die werden ja auch ihre Quellen haben und sich im Vorfeld informiert haben. Wir kennen es ja von The Big Bang Theory, wo Raj, der ist ja Astrophysiker, wo er da auch dieses Teleskop steuert und sagt, okay, ich will heute Nacht, gucke ich mir vier Stunden lang diese Ecke des Universums an. Ach ja. Du musst es ja aus, du musst es ja steuern, du musst es ja sagen, auslegen und ausrichten und sagen, Teleskop, du guckst heute nur dahin. Und dann musst du dir mal überlegen, was es eigentlich für ein Glück war, dass dieses aufgezeichnet wurde von dem Teleskop, weil mein Gedanke nämlich eben gerade vor ein paar Minuten war, warum man nicht einfach mal einen Rundmeer an alle krassen Teleskope auf dem Planeten abgeschickt hat und gesagt hat, Leute, hier sind die Koordinaten, habt ihr da an dem und dem Tag um die Uhrzeit irgendwas entdeckt? Fragezeichen. Ja gut, aber die nehmen ja nicht die ganze Zeit alles auf, oder? Ja, es kommt noch dazu, ja. Und dann kam mir aber, dass man sowas ja ausrichten muss. Also allein dieses Glück zu haben, dass es überhaupt, dass du diese Aufnahme hast, aber dass du überhaupt aufgrund dieser Aufnahme auch sagen kannst, was da passiert, wie groß es ist und wie vielleicht die Struktur ist, das ist doch crazy. Total, ja. Also die Wissenschaft ist natürlich da unheimlich mit dran, dass sie da irgendwie mehr erforschen, bessere Daten erhalten, gerade wenn man über Teleskope ins Weltraum schaut. Es gibt ja auch dieses James-Webb-Weltraumteleskop, das kennt man ja auch. Das meine ich, ja. Das könnte natürlich, ja, entweder so geplante Missionen oder detailliertere Untersuchungen aus dem interstellaren Raum oder von Besuchern aus dem interstellaren Raum einfangen, aber ich finde es halt mega spannend, aber irgendwie auch ein bisschen beängstigend. Was kann da eigentlich alles auf uns zukommen hier auf die Erde, wovon wir halt wirklich überhaupt gar keine Ahnung haben, weil man halt einfach das nicht greifen kann, wie groß das Universum ist. Es gibt ja eben, wenn man jetzt irgendwelche komischen Videos sich anguckt oder so, wo angeblich dann, also fängt an dann von der Erde und dann geht es einen Schritt weiter raus und dann sieht man noch mehr und dann wieder einen Schritt weiter raus. Also wie krass groß das Universum ist. Es gibt ja diesen Film Interstellar, der ist ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, vielleicht kannst du gleich was da nochmal dazu sagen, was da eigentlich ist, aber da sollen tatsächlich auch Physiker mitgewirkt haben an diesem Projekt, an dem Film. Und in einigen Punkten ist es wohl so, dass sich der Film an die reale Physik auch hält, also dass da schon ein paar Sachen gut oder richtig dargestellt sind, aber es ist halt auch viel Fiktion. Aber um dieses schwarze Loch darzustellen, hat man wohl tatsächlich reale Gleichungen, Feldgleichungen benutzt, um irgendwie so eine allgemeine und diese allgemeine Relativitätstheorie als Grundlage genommen, um, ich glaube, auch so die Größenverhältnisse und alles irgendwie ein bisschen gut darstellen zu können in dem Film, oder? Ich weiß gar nicht, worum geht es denn da überhaupt? In dem Film geht es darum, dass der Planet ihr anscheinend zu Ende geht, die Erde, und man zwanghaft sucht nach einem neuen Planeten, wo wir alle leben können. Und dann macht sich halt ein Team auf die Suche und irgendwann entdecken die so ein Wurmloch. Ja. Und daraufhin schicken die ein Team los, damit die durch dieses Wurmloch reisen, um zu gucken, ob es eventuellerweise, und es wurde halt gemacht, das ist nicht einfach da, sondern es wurde gemacht, dieses Wurmloch. Und man geht halt davon aus, dass es halt unsere Freunde aus dem All sind, die das gemacht haben, so im Sinne von, hier Leute, fliegt hier durch und alles ist gut. Und dann kommen sie in eine andere Galaxis, oder wie? Und dann kommen sie in eine andere Galaxis. Ist das der Film, wo die auf so einem Wasserplaneten sind? Auch einmal, ja, kurz. Wo nur Wasser ist, ne? Das ist nur Wasser. Aber wie kommen die nochmal weg da, auch durch ein Wurmloch? Ne, du darfst jetzt ja auch nicht zu viel verraten. Ich will nicht spoilern, nicht, dass jemand den Film noch nicht kennt, ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Interstellar ist super. Ja, ja, dann habe ich den, glaube ich, doch gesehen. Ja, er stimmt. Ja, Hans Zimmer, ja, ich habe jetzt nur gerade eine Horror-Szenario-Vorstellung gerade gehabt, was ich mir gerade so überlegt habe. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir gehen mal davon, wie hoch ist denn das Ding eigentlich? 800 Meter lang, hast du gesagt, ne? Ja, es ist eher flach und lang, es ist nicht so hoch. Gut, es wird aber bestimmt trotzdem so 10, 20 Meter hoch sein. Kann ich dir nicht sagen, habe ich nichts zu gefunden. Okay, gehen wir mal davon aus, es ist so hoch wie, weiß ich nicht, sagen wir mal, es ist 5 Meter hoch, okay? Und es ist 800 Meter lang. Und jetzt stelle dir mal vor, und ihr da draußen auch, obwohl es wird ja nicht passieren, also keine Beunruhigung hier. Dieses Ding, mit 87 Kilometer, diese Sekunde, kommt hier angepäßt und kracht direkt in den Planeten Erde rein. Mit dieser Geschwindigkeit. Und 800 Meter Länge und 5 Meter Höhe. Was passiert denn dann? Also kracht es hier, also wird es irgendwann gebremst oder kommt es bis in den Erdkern rein, das Ding? Ach so, nee, das wird, glaube ich, gebremst. Aber das ist ja wie so ein Pfeiler, der auf die Erde einschicht. Ist wie ein Pfeil. Ja. Das wird schon bumm machen. Ja, das schon, aber du siehst ja, das ist ja vielleicht... Das ist einfach so ein Riesenloch, das muss ich dir mal vorstellen. Bum, bam. Aber ich glaube, das kann nicht so weit rein, ne? Je nachdem, man weiß ja nicht genau, was da... Ne, du, jetzt kommen wir hier nicht mit der Atmosphäre hier von unserem Planeten, dass das da verbrennt. Das Ding fliegt an der Sonne vorbei. Weil das kichert sich ins Hemd über die Atmosphäre. Das sagt auch nicht, dass ich da verbrenne, muss ich ein bisschen Sonnencreme drauf machen. Das sagt, da pehlt sich so durch, da passiert einfach mal gar nichts. Ich bin einfach ein Granitblock, der aussieht wie eine Toblerone. Nur ich bin 800 Meter lang und baller hier wie ein Pfeil ins Herz der Erde. Hoffentlich kommt er so in die Nähe des Marianne-Grabens, damit es so richtig schön tief ins Wasser rein kann. Ach so, um da vielleicht irgendwas... Um da abgebremst zu werden. Wobei man es auch nicht bergen kann, dann wahrscheinlich ist das auch wieder doof. Aber überleg mal, was da auch für eine Riesenwelle denn entstehen muss. Ja, aber es hat ja wie gesagt so eine komische Laufbahn. Vielleicht wird sowas nicht auf der Erde einschlagen. Es wird ja anscheinend irgendwo angezogen durch Wärme, damit es weiter vorangetrieben werden kann. Irgendwas passiert mit dem Teil. Also vielleicht erfahren wir ja nochmal mehr über dieses Objekt. Ja. Tja. Auf jeden Fall sehr spannend. Aber wie gesagt, so wie du sagst, auch sehr gruselig. Ich finde sowieso Kometen oder Asteroiden, also alles die Gefahr aus dem Weltall, die eventuell hier auf der Erde einschlagen könnte, ist irgendwie schon ein bisschen gruselig, ne? Könnte ja von jetzt auf gleich dann irgendwie so alles weg sein. Ja, absolut. Also so Filme wie, wie heißt der, Armageddon oder The Day After Tomorrow und so eine Geschichte. Aber meinst du, wir würden sowas schaffen, dass wir sowas dann von innen sprengen und die Menschheit dafür, also nicht mehr der Gefahr aussetzen, sondern retten. Ich denke, wenn hier wirklich alle mit ihrem Leben mal klarkommen und wir hier friedlich mal zusammenleben und alle Nationen und Länder dieser Welt ihren schlauen Köpfe zusammentun und wir gemeinsam einen Plan entwickeln, dann schaffen wir das. Dann, ja. Und danach ist hoffentlich endlich Friede. Freude, Eierkuchen. Dann könnten wir uns vor den Gefahren des Weltalls retten. Ich glaube nicht. Ich glaube, Mutter Natur ist gefährlicher als das, was wir schaffen könnten, um uns vor irgendwas. Ja, Mutter Natur ist, boah, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber also wenn jetzt so ein Komet in der Größe des Mondes Richtung Erde, dann kannst du da auch die Atomwaffen von allen Ländern auf dieser Welt hochschicken. Das ist dem Ländern herzlich egal, glaube ich. Das wird dann nischt. Ja. Ja, also mal wieder sehr spannend, unerklärlich und mal wieder ein Ausflug in die Sterne. Ja, ich finde das ja super spannend. Ich glaube, wenn hier, wer möchte gerne einen Fahrstuhl ins Weltall bauen? China, glaube ich. Ja. Da bin ich raus. Nee, da bin ich auch raus irgendwie, obwohl das krass interessant dann bestimmt ist. Gar nicht. Nee, warten wir erst mal ab, ob sie das dann auch schaffen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der werden soll, aber eigentlich, ach Mann ey, man müsste halt mit so einem Schnipser im Weltraum sein, sich alles angucken und safe sein, dass halt nichts passieren kann und dann mit dem Schnipser wieder auf der Erde. Beamen. Nee, das ist sowieso eine Sache, die, ja, das wäre krass. Das würde ich, na, ich weiß auch, nee, keine Ahnung, ob ich dafür den Mut … So eine Beamstation auf dem Mond. Ja. Das wäre nice. Oh, ich habe jetzt letztens schon wieder so ein witziges Video gesehen von der Mondlandung, ob sie halt wahr ist oder nicht. Und dann wurde gefilmt und dann wurde das so dargestellt, als ob halt der Astronaut gerade aus dem, aus der Sonde oder womit er da hochgeflogen ist, halt aussteigt. Und dann ist irgendein Scheinwerfer aber im Hintergrund runtergestürzt und dann kamen die ganzen Filme, äh, Helfer und haben mussten, also, ja, dann wurde abgebrochen mit Film, mit der Mondlandung. Ja. Wer weiß, waren wir auf dem Mond oder nicht? Ich finde es halt immer noch komisch. Warum sind wir nicht nochmal zum Mond geflogen? Machen wir doch jetzt 2025. Und das jetzt dann in dem Jahr … Ach, wir fliegen jetzt wieder zum Mond. Ja. Wir? Deutschen? Nee. Nee, die Amis. Ja. Ja. Die Asiaten waren doch jetzt auch auf dem Mond, oder? Ich glaube, den Roboter haben die da, glaube ich, draufgesteckt, ja. Ja. Gut, ihr Lieben, was sagt ihr denn dazu? Habt ihr auch Angst vor solchen komischen Himmelskörpern? Ich ja. Genau, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Folgt uns, falls ihr es noch nicht getan habt, auf Instagram und Facebook etc. pp. Ihr findet uns überall, wir würden uns sehr freuen, damit unterstützt ihr uns natürlich. Und, ähm, solltet ihr von uns bein, warum auch immer, nicht genug bekommen, hört doch gerne mal in unseren neuen Podcast rein. Sprichwort-du heißt der. Ähm, und da erklärt Mrs. Fröhlich, äh, Sprichwörter. Also, auf jeden Fall ein Genuss und man lernt doch ein bisschen was, weil, äh, so Herkunft und Bedeutung von so Sprichwörtern weiß jetzt ja auch nicht jeder. Nee, ist auch ziemlich lustig manchmal, ähm, aber halt, wie gesagt, es ist so ein kurzer. Ist ein kurzer Podcast, fünf bis zehn Minuten, ne, so eine Folge. Ja. Die erste ist schon online, also, ähm, hört doch einfach mal rein, wenn ihr Lust habt, würden wir uns freuen. Wir wünschen euch, äh, wie gehabt, ähm, alles Gute, bleibt gesund und munter, habt Spaß am Leben, seid lieb zueinander. Und, äh, Mrs. Fröhlich, ähm, hat auch noch eine entscheidende Botschaft für euch. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.